Das spricht der Pilot, äh, wir sind von der Air Schwellheim. Guten Abend, wir sind Schwellheim und äh, wir grüssen Joke TV. Danke. Bitte, Schnelle TV! Ja, sehr gerne. Nehmen Sie doch bitte. Nehmen Sie doch bitte. Dienen ist alles noch nicht so weit. Nach dem Sinn einer Pläne ist Antonio, wie? Sie sind bei dir und haben ein Bier. Ein Möber? Ja, ein schöner Kopf wieder. Nein, das ist ein Gemble! Herr Möhler! Ich kann noch Bier trinken! Herr Tutto? Doch! Ein Bierchen noch? Ich bin drückt. Guten Abend, Herr Temp. Macht er sich noch ein Glas Bier? Nein, danke, ich muss noch fliegen! Joke TV! Joke TV! Mr. Joke TV! Puh! Puh!